Immer krank durch Eisenmangel. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, hier möchte ich mal erklären, wieso ein Eisenmangel zu ständigen Infektionen führen kann und wieso es dann auch sinnvoll ist, dass wir einen Eisenmangel entwickeln. Wir wissen ja, der Körper ist hochintelligent und um dieses Thema geht es jetzt erstmal hier. Es fällt auf, dass viele Menschen jetzt gerade nach durchgemachter Covid-Erkrankung beziehungsweise auch durch die EBV-Reaktivierung, durch die Covid-Erkrankungen hier in meiner Praxis mit einem absoluten Eisenmangel aufschlagen. Viele Patienten, die ich schon jahrelange betreue, die stabil waren, kommen plötzlich wieder mit einem frischen Eisenmangel und sie sagen, ich merke, ich habe einen Eisenmangel wieder entwickelt, aber die Tabletten waren nicht ausreichend, ich möchte wieder Infusionen beispielsweise. Und wenn man nachfragt, heißt es jawohl, ich habe doch eine knackige, schwere Corona-Erkrankung mit einem schweren grippeähnlichen Verlauf durchgemacht. Und wieso ist das so? Erstens mal, grundsätzlich Eisen, wissen wir, ist sehr, sehr wichtig für die Immunabwehr. Genau genommen macht Eisen eine verbesserte Leistung der T-Lymphozyten, beziehungsweise Eisen ist auch dafür verantwortlich, dass dann Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, tatsächlich Bakterien abtöten können. Und fehlt dieses Eisen, dann ist es natürlich ganz klar, es kommt dann zu einer erhöhten Infektanfälligkeit und die Probleme beginnen. Aber andererseits, der Körper hat auch sehr, sehr, sehr intelligente Mechanismen, um die Bakterien oder auch Viren an der Fortpflanzung oder an der Vermehrung, ist das bessere Wort, an der Vermehrung zu hindern. Und das ist auch eisenabhängig. Sprich, bleiben wir mal beim Beispiel Bakterien. Die Bakterien benötigen Eisen, damit sie sich schnell vermehren können, damit sie sich schnell reproduzieren können und sie gehen tatsächlich da ans Ferritin ran beispielsweise oder auch ans Transferin, ans Transporteisen und schnappen sich dieses Eisen. Also dieses Eisen ist dafür verantwortlich, dass sie schnell, und das ist ja in ihrem Interesse, schnell mehr werden. Und der Körper hingegen, der versteht es oder hat es gelernt, in diesem Kampf, den Bakterien dann das Eisen ein Stück weit zu entziehen. Und wie macht er das? Das ist nämlich ganz interessant. Also wie gesagt, die Bakterien holen sich das Eisen aus dem Knochenmark, über das Ferritin. Sie holen sich das Eisen von den Transporteiweißen, dem Transferin. Und sie holen sich sogar Ferritin aus den Fresszellen, aus dem Makrophagen. Und sie holen sich sogar aus dem roten Blutkörperchen des Eisen. Das ist natürlich fatal. So können wir eine infektbedingte Anämie entwickeln, also eine infektbedingte Blutarmut, wie man es beispielsweise bei Krebserkrankungen oder so schweren immunologischen Erkrankungen halt häufiger findet. Und interessant ist, dass der Körper versucht jetzt den Bakterien, diesen Zugang zum Eisen zu erschweren, indem er ein Molekül hochfährt. Heptizin heißt dieses Molekül. Und dieses Molekül drosselt die Zufuhr von Nahrungseisen aus dem Darm und die Freisetzung von Eisen. Und eben die Botenstoffe, die frei werden in einer Entzündung, Interleukin 6 beispielsweise, die fachen eben diese Heptizinproduktion so weit an, dass eben das Serumeisen nach unten sinkt beispielsweise. Also hochintelligent, was da bei chronischen Entzündungen, also wenn die Entzündung dann länger geht, alles passiert. Und bei viralen Infekten ist es ähnlich. Hier ist es so, dass eben die Viren auch zur Replikation, die dieses Eisen brauchen, und zwar die Enzyme der Viren brauchen das, um diese Replikation anzuschieben, diese RNA-DNA-Synthese. Und auch hier ist es das Eisen, was letzten Endes dazu führt, oder das verminderte Eisen, was dazu führt, dass man eben das so indirekt ein bisschen absenken kann. Also, wenn Sie müde sind, wenn Sie ständig infektanfällig sind, lassen Sie mal Ihren Ferritin, Ihren Transferin oder die Transferinsättigung überprüfen und schauen Sie einfach mal, wie hoch ist mein Ferritinwert. Und bitte schauen Sie auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und lassen Sie sich nicht abspeisen mit dem Satz, es ist alles in Ordnung, sondern schauen Sie einfach, wie hoch ist mein Wert. Wir wissen, dass bei einem Wert von unter 70 beispielsweise schon die Telomere-H-Wachstumsphase in die Knie gehen kann. Das heißt, einen Wert von 70 sollten Sie schon erreichen, weil unter 70 eben schon es zum Haarausfall kommen kann. Also strukturelle oder zelluläre Prozesse hier schon nicht mehr so sauber ablaufen. Offiziell haben Sie ja in Deutschland unter 10 Ferritin erst einen Eisenmangel. Er wurde jetzt auf 30 angehoben. Manche Labore geben immer noch die 10 beispielsweise aus. Also, das gehört einfach mit dazu, ein guter Eisenspiegel. Aber dann auch das Verständnis haben, sozusagen, wenn die Infektion passiert, danach auch noch mal schauen, weil eben der Körper dann ganz andere Dinge in der Infektion mit dem Eisen macht. Und letzten Endes der Körper dafür sorgt, dass er eher in den Eisenmangel dann halt reingeht. Also, das war es eigentlich schon zu diesem Thema. Schauen Sie auf Ihren Ferritinwert, schauen Sie auf Ihren Eisenwert. Das ist hier die wichtigste Botschaft. Und ich finde es super spannend, einmal mehr, wie der Körper alles reguliert. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ich bitte schau không, bis bald. Vielen Dank.